Willkommen zurück, meine Lieben, zu Martha is Dead. Wir sind endlich hier beim Filme entwickeln. Ein weiteres Smiley-Sutorial haben wir ja schon erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht's rein und wir werden die ersten weiteren, oder was heißt die ersten weiteren, die weiteren Bilder entwickeln. Davor jedoch hören wir uns die Aufnahme von Daddy an. Ich bin gespannt, was dort drauf sein wird. Wir werden es hören. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, wir hören uns gleich. Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa, ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, 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 ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay, bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt, meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Ja, ihr seht schon, Leute, es tut mir mega leid, aber durch den Streamer-Modus ist es leider deaktiviert. Wegen Copyright-Problemen kann ich die Musik hier leider nicht abspielen lassen. Sehr, sehr schade, muss ich zugeben, aber wir können es leider nicht ändern. Ansonsten kriege ich eine auf den Säges, da wo es nicht hingehört. So, wir werden trotzdem jetzt erstmal die Fotos entwickeln, mal gucken. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Okay, sie hat also Gedächtnislücken, gut zu wissen. Hab mich schon länger mal interessiert. Gut, hier hilft sie sich aus dem Wasser. Hier läuft sie irgendwo hin. Und hier ist auch noch irgendwas. Wir werden uns mal von hinten nach vorne arbeiten. Und schauen wir mal, ob wir da das Richtige finden. So, perfekt, einwandfrei. Wollen wir gar nichts sonst drücken. Jetzt werden wir überspringen. Wir werden einmal nochmal kurz unser Quick-Time-Event machen. Und dann haben wir das erste von den drei Fotos schon mal entwickelt. Das ist schon mal super. Da ist schon mal Tibi-Tobi. Und ready. Sehr gut. Ready. Schauen wir, was das ist jetzt. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Genau wie in meiner Erinnerung. Okay. Von Gedächtnislücken wurde noch gar nichts gesagt, ehrlich gesagt. Sie hat gerade eben gemeint, von wegen, dass sie ärgert das mit ihren Gedächtnislücken und sowas. War mir gar nicht bewusst, dass sie welche hat. Bis dato. Aber seht man mal, da haben wir wieder was gelernt. Okay. Also hat die gute Frau Julia scheinbar Gedächtnislücken. Mal gucken. So. Wir machen überspringen. Und das nächste Foto. Schauen wir rein. Hier läuft sie auf dem Pier, so wie es aussieht. Ohne Klamotten. Das heißt, das, was ich bei einer der Folgen jetzt gerade gecheckt habe, ob wir denn eventuell unsere Klamotten im Busch liegen hatten, die war nicht mehr da. Wo sind die? Wir überspringen auch das wieder. Ihr hört schon, oder es steht immer noch dran, die Musik ist deaktiviert. Normalerweise wird wahrscheinlich jetzt eine wunderschöne musikalische Untermalung von diesen wundervollen Szenen irgendwo sein. Aber müsste er wohl so rauskommen, beziehungsweise muss ich für euch singen irgendwie. Ja, ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Ah, okay. Sie ist ja ausgezogen. Habe ich doch gesagt. Ich sage es noch. Ausgezogen. Okay. Und dann haben wir noch den letzten. Oder das letzte. Das ist dann der Moment, wo Julia die liebe Martha aus dem Wasser zieht. Schauen wir mal. Light is on. Wir überspringen das Ganze wieder. Lass mal gucken. Hier rennt sie am Pier und hier holt sie sie aus dem Wasser. So. Ist nur die Frage, würde sie denn wirklich die Fotos entwickeln oder würde sie bloß die negative anschauen? Das würde mich mal interessieren. Das wäre interessant. Weil ich glaube, in Wirklichkeit würde sie die Fotos gar nicht mehr entwickeln, weil du weißt, okay, deine Schwester ist dort. Du hast eh schon vergeigt, ne? Warum solltest du jetzt doch grundsätzlich die Fotos entwickeln und quasi Beweise noch dafür bringen, dass du hier Sachen angestellt hast, ne? Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte sich hier wieder Klamotten an, ne? Oder täuscht das? Schwierig, schwierig, schwierig. Haben wir noch ein weiteres Foto, was wir entwickeln müssen? Was wir hier mal schauen? Es kommt tatsächlich trotzdem Musik, aber die ist wohl nicht so wild. Hier ist dieser Fetzen. Haben wir diesen Fetzen entwickelt? Ja, ich glaube, ich muss sowohl den Helm als auch den Fetzen hier noch entwickeln, ne? Okay, das werden wir noch kurz machen, dass das erledigt ist. Okay, dauert ja zum Glück nicht lang. Das machen wir jetzt einfach nur so parallel nebenbei. Weil die zwei Fotos habe ich gemacht, aber soweit ich weiß, nie entwickelt. Wir haben nur diese beiden. Und dann ist das schon mal erledigt. Wir müssen schließlich viele Sachen tun, um die Story voranzutreiben, auch, ne? Okay, sie sagt da nichts zu. Habe ich das doch schon fertig entwickelt gehabt? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, wir machen weiter. Wir holen uns doch kurz diesen Stofffetzen. Da war ja auch ein Foto. Äh, warum? Kriegt er nicht mal eine Anzeige? Hä, warum kriegt er keine Anzeige? Von wegen, Foto ist okay oder sowas? Das war doch safe, der rote Stofflappen, der entwickelt werden muss, oder? Das war doch hundertprozentig ein Foto, oder nicht? Das war zumindest als Foto angezeigt. So, auch das ist fertig. Okay. Wegwerfen? Nee, wir nehmen das schon mit an das Album. Man sieht es echt verdammt schlecht, ne? Vor allem, es war ja der rote Stofffetzen und in Schwarz-Weiß-Belichtung siehst du natürlich jetzt nicht allzu viel davon, ne? Okay. Jetzt lass uns doch einmal ganz kurz schauen. Was haben wir? Wir haben die Tarotkarten, wir haben das Tagebuch. Wir werden uns das jetzt einmal reinziehen. Mal schauen, was die Gute noch auf dem Tagebuch zu melden hat, würde ich sagen, ne? Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Okay, das war dann alles, oder wie? Ja, das haben wir schon gelesen. Okay, das haben wir schon gelesen. Einmal Freitag war es gar nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt eine unfassbare Story. Aber man muss sagen, die Tagebucheinträge und vieles anderes ist sehr, 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 sehr wichtig bei dem Game. Weil wir halt dann gewisse Background-Infos erhalten, wo wir dann die Geschichte ein bisschen besser verstehen. So, Zufallsentscheidung. Wir lassen uns einmal über eine Tarot-Karte etwas Weiß sagen. So, ich weiß nicht. Ich mache einfach random irgendwas. Irgendwann zieht es irgendwas, wenn ich drücke. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Die Liebenden. Ziehen wir hier oben mal noch eine. Jede Reihe eine, würde ich sagen. Der Magier mit Kristall im Maul. Und hier unten noch eine. Die Welt. Das Ende einer Beziehung. Es ist ganz klar. Aber meine Pläne werden erfolgreich sein. Ich muss nur wissen, was diese Pläne sind. Okay. Nur eine Weißagung pro Tag. Na, zu Glück haben wir es gemacht, weil ich glaube, der Tag ist bald rum. Oder hatten wir nicht Nacht? Okay, wir haben auf jeden Fall die Bilder jetzt entwickelt und können hier rausgehen. Aus der Dunkelkammer. Es war schon Tag, ne? Oder? Ja, es war Tag. Es war Tag, auf jeden Fall. Okay. Jetzt schauen wir einmal bei KW Quest, schauen wir mal, was es zu tun gibt. Die Zeitung haben wir gelesen. Eine seltsame Notiz, dass Martha ja schwanger war, beziehungsweise Julia. Das ist der Schlüssel von ihrem Zimmer. Tarotkarten habe ich einmal benutzt. Und wir müssen jetzt die weiße Dame finden. Das sind alles Sachen. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass du nicht alles auf einmal machen kannst. Und viele Quests erst später zu lösen sind. Dieses Foto haben wir gemacht mit Infrarot. Dort stand hier auch noch ein bisschen was. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewertet werden. Okay. Fahrrad noch, ne? Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Auf jeden Fall. Das ist korrekt. Okay. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung vom See wieder. In der Hoffnung, dass wir die weiße Frau entdecken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Weg ist natürlich jetzt nicht so der schönste. Aber besser als nix. Sollen wir mal schauen, wo ich lang gehen muss? Weil es ist doch relativ verworren hier. Sollte aber nicht so schlimm sein, denke ich. Wenn ich hier nur wieder mal auf die Karte klicke. Bin ich richtig? Ja. Okay. Also immer weiter hier lang. Einfach immer die Straße lang. Und dann sollte ich sagen, wo du diesen Weg entlang, nicht die Straße. Und dann sollte ich eigentlich den See wieder finden. Dann schauen wir mal, ob wir zur weißen Frau kommen. Über die von Anfang an in dem Buch berichtet worden ist. wo die kleine Julia noch bei Nanni war. Bin gespannt, ob wir sie sehen werden. Los! Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß. Aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Ich glaub... Ich glaube... Der Krieg ist... Direkt vor meiner Haustür. Verdammt! Will ich das wirklich sehen? Muss ich da hin? Kann man im Spiel sterben? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich gleich soweit. Das erste Mal bei mir. DötTV ist wieder am Start. Oh. Was war das? War das eine Granate? Mine? Wie wäre das? Wie ist es? Wie ist es? Wo ist es? Wie ist es? Die掉. Oh Gott, bitte nicht. Lapo, mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. War das nicht dieser rote Stoff, der auch beim See gefunden worden ist, oder war das ein anderer? Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber, aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Marta, ich gebe dir meine Scheiß. Ich gebe dir deine Scheiß. Ich gebe dir meine Scheiß. Ich gebe dir meine Scheiß.